Wachstumsgleichung Nun, das Erste, was wir jetzt hier überprüfen wollen, wir haben hier eine Funktionsgleichung, die zu irgendeinem Wachstum gehört und wir wollen davon die Differentialgleichung bestimmen. Das ist die Aufgabe. Und das Erste, was ich mir überlegen muss, ist, welches Wachstum haben wir hier überhaupt? Das heißt, nun, ich sehe hier 100 e hoch minus 0,1 x, das heißt, die Parameter sind 100 und minus 0,1. Das kann hier nur das exponentielle Wachstum sein, f von 0 als 100 und k als minus 0,1. Das s minus s minus f von 0, das kann hier auf gar keinen Fall sein, da haben wir keine Differenz stehen. Das heißt, wir wissen auf jeden Fall, f von 0 ist 100 und k ist minus 0,1. Mehr brauchen wir für die Differentialgleichung auch gar nicht. Wir brauchen f von 0 erstmal gar nicht und das k, das wissen wir jetzt hier, das steht hier oben, minus 0,1. Das heißt, die Differentialgleichung f' von x gleich k mal f von x, also minus 0,1 mal f von x, weil wir hier oben gesehen haben, k gleich minus 0,1 bei einem exponentiellen Wachstum. Das ist also unsere Lösung. Jetzt könnte ich natürlich noch überprüfen, ob diese Gleichung auch wirklich stimmt, diese Differentialgleichung, indem ich einfach mal die Funktion ableiste und schaue, ob dieses Verhältnis wirklich eintritt. Also ich leite mal 100 e hoch minus 0,1 x ab. f' von x ist also 100 mal, jetzt kommt die minus 0,1 nach vorne, bei der e-Funktion ist es ja immer die Regel, minus 0,1 und mal e hoch oben bleibt das gleiche stehen, minus 0,1 x. Und hier sehe ich schon, wenn ich es ein bisschen umschreibe, minus 0,1 mal 100 e hoch minus 0,1 x. Und dann sehe ich hier, was hier steht, das ist gerade f von x, das heißt, hier steht dann minus 0,1 f von x. Und das ist genau das, was wir sehen wollten. Also so kann man sich auch immer, also quasi wie eine Probe, es ist ja gewissern, dass die Differentialgleichung, die man bestimmt hat, auch wirklich richtig ist. Schauen wir uns die zweite Funktion an. Nun, hier haben wir diese Differenz stehen, 100 minus 50 e hoch minus 0,0 x. Das heißt, es ist logischerweise das beschränkte Wachstum. Wir können auch die Parameter schon auslesen. S minus der zweite, das heißt, hier ist ganz klar, S ist 100. Wenn wir uns hier oben schauen, e hoch minus kx, dann müssen wir auch immer auf das Vorzeiten achten. Das heißt, wir haben hier oben auch schon direkt das k. Vorsicht, das k ist also plus 0,03. Und S ist 100. Mehr brauchen wir gar nicht, f von 0 brauchen wir gar nicht zu bestimmen. Können wir natürlich auch trotzdem bestimmen. S minus f von 0 wäre 50 sein. Naja, 100 minus was gibt 50? Also 50. f von 0 wäre also in unserem Fall 50. Aber das brauchen wir gar nicht. Weil wir jetzt schon die beiden Parameter, die wir in der Differentialgleichung haben, die Retschung gelöst haben. K und X. Das heißt, f' von X gleich S 100, nein, Entschuldigung, k mal S. Das heißt, k wäre hier 0,03 mal 100 minus f von X. Schon habe ich die Differentialgleichung für dieses Faktum. Schauen wir uns das letzte Beispiel noch an. 1 minus e hoch minus 0,2X. Auch hier haben wir eine Differenz, die deutet darauf hin, dass wir eine Schranke haben. Das wäre in diesem Fall die 1. Wir haben also ein beschränktes Wachstum. Und als k kann ich ablesen 0,2. Das Minus wieder aus der Gleichung wegdenken. Das heißt, jetzt ist es auch nicht mehr schwer. F' von X gleich k, also 0,2 mal S 1 minus f von X. Das ist unsere Differentialgleichung. Also, ihr seht, es geht relativ einfach. Man muss einfach nur die Funktionsgleichung kennen, die Differentialgleichung kennen, die Parameter ablesen, einsetzen und fertig. Schaut doch mal auf der Homepage www.nurella.de vorbei. Besucht uns bei Facebook. Dankeschön. 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 Dankeschön.